ja hallo leute hier ist dara und ja ihr seht mich jetzt wirklich zum ersten mal live vor der webcam richtig gut ihr seht mich nicht live ihr seht natürlich die aufzeichnung aber ja ich habe mir hier zusammen mit meinem schönen neuen headset das g35 habe ich ja schon erwähnt link findet ihr in der video beschreibung habe ich mir eben auch zusammen mit diesem headset eine neue webcam gekauft damit ihr mich auch mal live vor der kamera sehen könnt wundert euch nicht wenn ich ab und an mal hier auf diese seite rüber schieben diese seite rüber schiele das liegt einfach daran dass da gerade mein monitor ist und ja ich schaue ab und an mal eben auf mein monitor bild wie gesagt wundert euch nicht ist eine ganz normale sache ja am besten ignoriert das einfach wenn ich mal nicht Richtung kamera schaue ja warum ich dieses video mache ganz einfach ich werde in zukunft mir vielleicht mal das eine oder andere thema rausnehmen und dazu ein bisschen was erzählen und ja damit das nicht ganz so blöd ist und ihr ja auch was zu sehen habt anstatt irgendein standbild oder keine ahnung ich sinnlos nebenher irgendwas in minecraft abbaue oder sowas werden wir das ganze jetzt eben ein bisschen anders angehen ich werde mir wie gesagt ein thema raussuchen werden wir dann meine webcam schnappen und dann werden wir uns ein bisschen mit eben dem thema das ich herausgesucht habe beschäftigen sprich ich werde einfach ein bisschen was dazu erzählen und ja das ganze wird in unregelmäßigen abständen stattfinden ja wird mich freuen wenn er auf jeden fall einschaltet und ja an alle zweifler vielleicht glaubt ihr mir jetzt ja ich bin 28 und wer es jetzt immer noch nicht glaubt gut spielt im prinzip auch keine rolle es geht ja hier um die inhalte des videos und nicht um ein alter aber ja ich würde sagen das war's dann für dieses mal und ja wir sehen uns in zukunft auf jeden fall wieder und bis dahin ja tschau